Die Full-HD-PTZ-Dome-Überwachungskamera mit optischem Zoom besitzt eine Auflösung von 1920x1080 Pixeln. Auf die Kamera kann weltweit per PC, Tablet oder Smartphone zugegriffen werden. Dank der OnWiF-Standard-Unterstützung kann die Kamera mit jeder bestehende Hardware wie beispielsweise Videorekorder genutzt werden, um dort zum Beispiel das Videomaterial bequem aufzeichnen zu können. Die Kamera besitzt einen dreifach optischen Zoom und kann 355 Grad geschwenkt und 90 Grad geneigt werden. Die Infrarot-Nachtsicht-LEDs besitzen eine Reichweite von bis zu 15 Metern. Es können 220 Wegpunkte gespeichert werden, welche innerhalb von drei programmierbaren Routen abgefahren werden können. Damit lassen sich automatisch beispielsweise mehrere Eingänge eines Raums in bestimmten Zeitintervallen anvisieren. Folgen Sie dem Link aus der Videobeschreibung oder besuchen Sie unseren Shop unter alarm.de. und dann mit der Videobeschreibung. Folgen Sie dem Link aus 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 der Videobeschreibung. Untertitelung des ZDF, 2020